Wir haben hier in Salzgitter ein Forschungsprojekt, das uns schon, ich muss überlegen, acht Jahre begleitet. Und in diesen acht Jahren haben wir einen einzigartigen Datensatz aufgebaut, den wir auch übrigens Open Data mäßig anderen Forscherinnen und Forschern zur Verfügung stellen. Es ist ein Datensatz, der Fernsehproduktionsgesellschaften mit Fernsehsendern verbindet. Wir können also genau sehen, inwiefern von den Eigentümerstrukturen Fernsehsender mit Produktionsgesellschaften verbunden sind. Das ist deswegen wichtig, weil man daran ganz gut erkennen kann, wie sich das gesamte Marktgeschehen aufbaut. Und wir können eben auch nachweisen, inwiefern öffentlich-rechtliche Sender mit privat operierenden Gesellschaften, mit privaten Produktionsgesellschaften verbunden sind. Und auch das ist für die Gesamtgesellschaft sehr wichtig. Diese Forschung hat für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt, als wir die Daten zum ersten Mal publiziert haben, weil man bisher noch nicht erkennen konnte, auch in der Gesamtgesellschaft noch nicht erkennen konnte, wie stark eben diese Produktionseinheiten mit einzelnen Sendern auch verflochten sind. Und wenn Sie selbst sich ein Bild darüber machen wollen, dann gehen Sie auf die Webseite verflechtungsstrukturen.de und dort können Sie selbst durch dieses Geflecht, durch diese Netzwerkstruktur der Produktionsgesellschaften auf der einen und der Fernsehsender auf der anderen Seite surfen und erkennen, dass dort auch eine bestimmte Clusterbildung erkennbar ist. Und das ist sehr wertvoll, weil man dann eben nachweisen kann, naja, dieser Markt ist vielleicht nicht so offen, wie wir das alle denken. Und vielleicht gibt es da auch Verbindungen, die durchaus kritisch zu betrachten sind. Sehr angewandte Forschung, sehr intensive, also sehr arbeitsintensive Forschung. Und gerade wenn man so Zeitreihen herstellen muss, aber Forschung, die eben auch für die Gesellschaft wichtig ist. Und das machen wir hier in Salzgitter.